hallo leute und herzlich willkommen zum 13 dezember schon und heute spielen wir super paintball auf mineplex wie man schon an der lobby erkennen kann ich nehme jetzt mal den kitt ich hab ja nur eine wüffel alter der hat sich hochgepackt solche miesen kerle gut super paintball ich hab's noch nie gespielt zur wasserbombe und paintball wüffel mal gucken was das ist hier kann man nur schießen das ist eine wasserbombe ok gut dann guck ich mal dass ich eine gute runde zusammenbekommen da habe ich schon mal getroffen lol er zieht viel ab ja ja gut habt ihr geschossen sehr gut was bedeutet diese ok leben oder so ach bin ich jetzt schon tot ok ich bin schon tot also die nieder hat schon hat nur noch fünf leben und die forst acht da geht es normalerweise schon leben also ich bin jetzt zum beispiel schon tot und wo ist der letzte überlebende? hier ich bin jetzt auch gestern lol er hängt er konnte dem sneak laufen oder ist das ein kitt ich weiß nicht na gut und da das jetzt so kurz war werden wir direkt eine neue hätten dran hängen und ab zur zweiten runde dieses mal spielen wir eine friendly forest map oder einfach die friendly forest map und jetzt guck ich dass ich länger hier überleben werde das heißt nicht gleich hier auf alles gehen ach geil das macht sogar hier andere blöcke draus vorsicht und ich balle hier einfach mal drauf ja die haben dann so bessere kitsch dass die ja schon irgendwie doof oh ich balle aber einfach irgendwie drauf nur dass ich irgendwie einen treff ja genau ich bin froh dass da Leben gibt und dass das nicht vorne hinten ist alter warum die forest sie gewinnen immer die haben noch sieben leben ne ok 6x6 fuck fuck die haben einen besseren kit nein fuck das heißt zu laufen leute und sie sind zu mir her scheiße ja bin ich weg bin ich weg nein das sind die letzten zwei forst lol nein put mist der lebt eine der eine lebt noch jawohl jetzt haben wir endlich mal den netters gewonnen und das war es auch schon für eine ganz kurzen runde denn dem muss wirklich gut sein weil ich jetzt überhaupt keine Zeit mehr und und ich jetzt mal hier unten aufnehmen muss alles genau bis zum morgen